Hast du schon mal was von G.O.D.B. gehört? Grundsätze ordnungsgemäßer... Oh Gott, wie ging das nochmal? Grundsätze ordnungsgemäßer, da merkt man schon. BWL-Studium ist lange her. Worum geht's? Es geht darum, dass mir aufgefallen ist, dass bei extrem vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, selbstständigen Gründern, Start-ups, was auch immer, die Rechnungen, die ihr schreibt, alle gar nicht richtig sind. Nicht die Summe, die ihr da draufgeschrieben habt, die wird hoffentlich stimmen, sondern dass die Angaben, die auf der jeweiligen Rechnung drauf sind, nicht richtig sind. Und das kann dazu führen, dass euer Geschäftspartner diese Rechnung nicht bezahlt. Das kann dazu führen, dass ihr extreme Probleme kriegt mit dem Finanzamt, weil eure Rechnungen alle quasi nicht rechtsgültig sind. Und das wäre ja ziemlich schlecht, oder? Deswegen habe ich mir überlegt, ich will euch mal ein paar Sachen sagen, die wichtig sind beim Thema Rechnungen. Weil wir schreiben alle jeden Tag Rechnungen, aber die Hälfte der Leute schreibt diese Rechnungen falsch. Eines der ganz, ganz wichtigen Themen ist, wer bist du? Das heißt, du als potenzieller Leistungserbringer musst mit deinen relevanten Informationen logischerweise auf die Rechnung drauf. Wenn du jetzt Einzelunternehmer bist und deine Firma heißt Daniel Schmitz, du findest es aber cooler, dich selber, sagen wir mal, Protarius zu nennen oder was auch immer, dann kannst du zwar Protarius als Markennamen auf deine Rechnung aufnehmen, aber Daniel Schmitz als Inhaber, als Einzelunternehmer, als Personengesellschaft muss ebenso auf der Rechnung stehen. Erster ganz, ganz großer Fehler, den ganz viele Leute falsch machen. Es muss eine ladungsfähige Adresse drauf, ähnlich wie du das vom Impressum kennst. Das heißt, es reicht nicht, einfach nur Daniel Schmitz draufzuschreiben, sondern du musst deine Adresse, wo auch der Leistungsempfänger dir potenziell etwas zurückschicken kann, ebenfalls mit auf die Rechnung packen. Soweit so gut. Die Punkte wirst du hoffentlich drauf haben. Daneben gehört aber auf eine Rechnung entweder deine Steuernummer oder deine Umsatzsteueridentifikationsnummer. Vielleicht hast du keine Umsatzsteueridentifikationsnummer, weil du vielleicht Kleinunternehmer bist. Dann musst du deine Steuernummer mit auf die Rechnung schreiben. Ansonsten ist es auch möglich, nur seine Umsatzsteueridentifikationsnummer auf die Rechnung zu schreiben. Wenn du zum Beispiel eine Kapitalgesellschaft bist, wie ich, eine GmbH, eine Holding, eine UG etc., dann würde ich auch nur die Umsatzsteueridentifikationsnummer mit auf die Rechnung schreiben. Nächster Punkt, das Rechnungsdatum. Wenn man es ganz genau will, dann müsste man eigentlich sowohl das Rechnungsdatum als auch das Datum der Leistungserbringung draufschreiben. Also, Beispiel. Ich habe dich im letzten Monat gecoacht. Jetzt sagen wir mal, der letzte Monat ist der Monat Mai. Und ich schreibe dir im nächsten Monat am 15. Juni eine Rechnung. Dann müsste rein theoretisch auf der Rechnung draufstehen, Rechnungsdatum 15. Juni, Leistungserbringung Mai 2000 whatever. Ja, also auch das ist wichtig, damit nachher nachvollziehbar ist, in welchem Zeitraum wurde die Leistung erbracht, für die du gerade mit diesem Datum die Rechnung geschrieben hast. Nächster Punkt. Was ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich, dass du deinen Leistungsempfänger, also der, der die Rechnung von dir kriegt, dass das auch richtig ist. Und auch da passieren tausende Fehler. Da machen auch Leute alles falsch. Obwohl das ja eigentlich ein total simples Thema ist. Aber bei mir schreiben halt zum Beispiel Leute auf die Rechnung, Felix Tonneson. Ja, ich heiße Felix Tonneson, aber meine Firma heißt nicht Felix Tonneson. Meine Firma heißt Felix Tonneson GmbH. Und das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, weil das eine wäre in dem Falle vielleicht ein Einzelunternehmen und das andere ist in dem Falle eine GmbH. Und dementsprechend musst du die Rechnung auch richtig benennen und musst den Leistungsempfänger richtig beschreiben. Das betrifft den Namen, das betrifft die Straße, das betrifft den Ort, das betrifft die Postleitzahl und eventuell sogar auch noch das jeweilige Land. Also den Leistungsempfänger richtig zu benennen. Nächster Punkt. Habt ihr gerade das Tier gesehen, was hier vor der Linse geflohen ist. Nächster Punkt. Deine Rechnungsnummer. Die Rechnungsnummer sollte fortlaufend sein. Weil es ist ja komisch, wenn du Rechnung 1 hast, dann hast du Rechnung 5, da hast du Rechnung 8, dann fragt der Finanzamt nachher irgendwann und sag mal, was ist denn mit Rechnung 2, 3 und 4 gewesen? Also, dass es eine fortlaufende, nachvollziehbare Rechnungsnummer gibt. Wann diese fortlaufenden Rechnungsnummern starten, bleibt erstmal dir selber überlassen. Ob du jetzt sagst, meine erste Rechnung heißt AB 1228, dann kann deine nächste Rechnung auch AB 1229 heißen. Oder wenn du den Kundennamen mit in die Rechnungsnummer integrieren willst. Das ist für viele eine riesige Competition. Ich habe es einfach einfach gemacht und wir haben Zahlen genommen. Jetzt kannst du natürlich sagen, klar, kleiner Hack, wenn die Leute, dann, wenn ich eine Rechnung von dir kriege und du schreibst mir 3 Monate später eine Rechnung und du hast mir jetzt die Rechnung 18 geschrieben und schreibst mir 3 Monate später die Rechnung 19, dann gehe ich davon aus, dass du in der Zwischenzeit auch keinem anderen die Rechnung geschrieben hast. Auch ein wichtiger Punkt. Nächster Punkt. Wenn du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmst, das heißt, wenn du auf deinen Rechnungen die Umsatzsteuer nicht ausweist, dann muss auch dieser Satz dort draufstehen, dass du betreffend auf der Kleinunternehmerregelung, betreffend Nutzung der Kleinunternehmerregelung die Umsatzsteuer auch nicht ausweist. Dafür gibt es so einen klassischen Satz, kannst du googeln, der gehört ebenfalls da drauf. Natürlich gehören alle Leistungsbausteine, die du erbracht hast, die jeweiligen Nettobeträge, die dazugehörige Umsatzsteuer und der jeweils geltende Umsatzsteuersatz mit da drauf. Und der kann auch schon mal unterschiedlich sein. Der kann dann mal 7 sein, der kann mal 19 sein, der kann mal whatever sein. Jetzt wirst du vielleicht sagen, Felix, da habe ich ja keinen Bock drauf. Wie soll ich mir das alles merken? Dafür gibt es Gott sei Dank eine coole Lösung. Mein Partner Cevdesk, eine sehr, sehr coole Buchhaltungssoftware, Rechnungserstellungssoftware, also eigentlich so ein Tool, was du als Unternehmerin oder als Unternehmer unbedingt brauchst, liefert dir Vorlagen, dass du richtige Rechnungen G-O-D-B-konform erstellst und keine dieser Punkte vergisst. Und das Tolle daran ist auch noch, du kannst selber dir Vorlagen aussuchen. Also du kannst nicht nur bestimmen, wie das aufgebaut ist, sondern du kannst auch das Design damit beeinflussen, was ich extrem hilfreich finde. Und dann hast du mit dem ganzen Kram gar nichts zu tun. Das heißt, all die Punkte, die ich aufgelistet habe, hat dieser Partner für dich übernommen. Das Beste ist, es gibt von mir auch noch ein Special-Angebot. Du findest hier einen Link, drunter, hoch, daneben, rechts, wo auch immer, ich glaube, da bist du fit genug für, wo du von Cevdesk, über 80.000 Unternehmerinnen und Unternehmer sind da schon, ein spezielles Angebot bekommst, dass du mit diesem ganzen Thema eben nichts mehr zu tun hast. Dann weißt du, ich habe rechtskonforme Rechnungen, die sind genauso aufgebaut, wie sie sein sollten. Und das Beste ist, manchmal musst du ja nicht nur Rechnungen schreiben. Du musst ja auch teilweise Angebote schreiben. Du musst auch mal Storno-Rechnungen schreiben. Du musst auch mal Serienrechnungen schreiben. Du musst auch mal Abschlagsrechnungen schreiben. Kannst du natürlich mit Word oder mit Excel oder mit irgendeinem komischen Tool ausprobieren. Oder du kannst es halt mit Cevdesk machen, so wie wir das machen und hast mit diesem ganzen Krams keine Arbeit. Und wir reden hier wirklich von einem Apfel und einem Ei. Wir reden hier von wenig Geld, was es dir kostet. Aber es gibt dir diese Rechtssicherheit. Es nimmt dir extrem viel Arbeit ab und letztendlich schafft es vor allem eins, mehr Zeit für andere Dinge. Also schau dir doch mal genau an, was Cevdesk da für dich macht. Und ich glaube, das hilft dir extrem weiter.